Ja, ich bin mir natürlich schon bewusst, dass es viele richtig hart getroffen hat, die sehr gelitten haben in der Zeit. Ich war auch immer froh, wenn ich dann mal irgendwie Sport im Fernsehen sehen konnte. Es gab mir schon auch einen kleinen Push und es war einfach auch eine schöne Freizeitbeschäftigung, auch sich mal viel Sport anzuschauen. Das lief ja zum Glück noch größtenteils und ich hoffe natürlich, dass Zuschauer erlaubt sein werden, zumindest japanische. Ich bezweifle es aktuell, aber an sich wäre glaube ich in Japan die Aufmerksamkeit schon sehr hoch fürs Tischtennis. Ich meine, wir haben mit Harimoto einen absoluten Superstar wahrscheinlich der Olympischen Spiele, der die Chinesen angreifen möchte. Ja, wir haben eine tolle Arena eigentlich dort, direkt neben dem Olympiastadion. Ich glaube, über 10.000 Zuschauer, Fassungsvermögen. Wenn wir da vor leeren Rängen spielen müssten, das wäre schon sehr, sehr traurig. Aber am Ende ist es trotzdem ein sportliches Highlight und deshalb bereite ich mich ja dementsprechend auch seriös vor und gebe alles und quäle mich im Training. Wir sind ein sportbegeistertes Land und dass der Sport einen auch was geben kann in so einer Phase und ich hoffe, dass wir da die ganze Nation auch so ein bisschen mitnehmen können. Industrie-Industrie-Intelligence Dominik Ghazin geil D D Untertitelung des ZDF, 2020